Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den Duo Cash Cup aka den Performance Cup, wo es nur um die Siege geht. Jeder Sieg gibt instant 500 Euro, aber du spielst halt gegen Leute, die absolut geistesgestört krass sind, die selber alle nur Siege gefarmt haben. Das heißt, du hast eine Lobby mit 50 Duos, die selber alle nur Siege holen. Von daher ganz viel Spaß mit den Highlights. Vergesst nicht jetzt den Creator Code Amar einzutragen und würde sagen, viel Spaß. Okay, das ist krass, wie One-Shot der war. Chat, gibt es irgendwelche Updates mit Teenie und Chap? Spielen sie gut zusammen? Waren die das super alles? Ist in Texas dann auch mit Headset? Sehr gut, Chat. Oh! 120? Das ist nice. Ich hab jetzt 27 Kills. Aber es bringt, also deren Kills bringen halt gar nichts, ne? Es bringt halt nur, dass sie schnellere Runden fertig haben. Muss Banane poppen! Uhu! Marius ist down, danke für den 15. Amar, mein Schatz, wie geht's dir? Oh, ganz gut, Digga. Eigentlich ganz gut. Ich hab heute meine Glatze frisch poliert, wie ihr sehen könnt wahrscheinlich. By the way, es bringt denen nix, dass sie alles W-keen, aber sie tun's einfach, damit sie schnell aus der Runde raus sind. Guck mal, Chat, ich sag euch, ich sag für euch jetzt gerade meinen Kollegen ab. Spass, das ist mein Job einfach. Oh. Oh, okay. Fuck! Danke für den Tier 1. Nice. Er redet so, als wäre er so ein Amerikaner oder so. I need your help, bro. Ist das unlucky. Nice. Marco, Kontrollerspieler. RTL mit einem Win. Ich muss ja auch mal aufmachen gleich. Nice. Schnauze, Stilo. Ju und Robin, 52 Killwinner, Marius. Bro, ich hab gestern mit ihm Cup gespielt, das kann nicht er gewesen sein. Er cheatet. Mr. Savage mit dem Late-Game klatscht. Oh, no. Boah! Geil rausgekommen. Unnötig. Nein, Ju, das kannst du nicht gewesen sein, Bro. Weißt du, wie's das? Digga, sind die nervig. Ah, das ist ein GG. Das ist ein GG-Engel-Chat. Der wird niemals erster, diese Runde. No, ja, frisst'n Brett, Mr. Savage. Ah, Riesen. 70, ne? Wie kann Vardial down gehen? Ich hab Flashes und noch Mads-Omi. Ich hab sieben. Vier Dus. Richtig. War der als Held. Was ist Crawl heute für Top 50, Chat? Nur die Top 50 kommen weiter, weißt du das? Kannst du oben sehen. Oben, wie würdet ihr so ein Trepp? Ah, Fettzack. Das ist ein GG. Ja. Ey, warte mal, ist Grippy besser geworden? Warum hat er denn so arsch gespielt, als er mit mir den Cup gespielt hat? Chat. Oh, okay. Ah, das ist tot. Bist ein Anker? Jo, jo, jo. Ich spiel mit Vardial, Riesen und Grippy und jo, jo, jo. Ist ein Anker, ne? Nice, GG. 41 Leute alive. Bei Mr. Savage, der süchtigen Wassermelone. Oh, was sagst du noch? Wird ein Stadion-Vlog morgen kommen? Ja. Auf meinem Amar-Real-Life-Kanal. Mods! Ich find das Late-Game so gut, ne? Die sind auf Heid gegangen, haben den auf Heid gesniped und jetzt sind sie am Start. I found him. I'm going for him. Oh my, I just won us the game, GG. Is it right, too? Ja, loads. Okay, mark it. Right here. So many, medkits, everything. Yes. Do you have the roof above me? Oh oh. Da ist ein Gegner. There's like two stacks makers. Oh yeah. GGs. Ist ein GG. Come on, man. Ja, okay. Auch nochmal vier Flopper los. Was gibt's da essen? Burger. Burger. Dieser Lock in dem Burger. Two Bananas, two medkits. Guten, danke. Strafy, danke auch für die 42. Banane und zwei medkits. Fast Hockey auch live? Okay, machen wir gleich auf. Klebschoff Klaus, danke für den dritten, den zweifichtigsten. Crazy Name. Ah, er bleibt viel zu lange drinnen. Nice. Good rotation. You have dash, you have dash. Das ist ein GG. Was? Er nimmt die Mads nicht mit. Das ist ein GG. Das ist maximal Top 4, ja. Black Shadow, dank für den Sechsen. Die Bro, die haben gar nichts mehr. Hallo. Ich sag, Solo könnte Reason gerade mehr machen. Okay, die haben wieder alles. Wieso ist es so stacked? Weil es nur auf den Win geht, obwohl sie eine 20-Bomb haben. Lauf, 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 wenn du kannst. Du bist gut, du bist gut, AP. Hinde, deine Box. Hinde, deine Box. Nice, was weiß ich, um dann nicht los zu finden. Ich mach's hier raus, komm, komm, komm. Was hofft du denn, Frau, du bist, glaube ich? 200, 200, 200, 200. Ich hab 500 Meter, komm hier. Ja, Job. Digga, krank. Guck und tanz, guck und tanz. Ja, ich mach einfach. Das hat ihm in, da. Ja, das hat ihm in, da. Ja, das hat er von oben, von oben, bro. Ja, ich mach auch bis, bro. Ich hab, ich hab nur einen Fünfer noch. Schau, ich hab nur einen Team-Mail. Der rote doch, das ist es. Das ist ein Flopper, das ist ein Flopper, hast du gesagt? Nee, der Fist ist das. Ja, das ist kein Problem. Komm, 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 job mal Omi, job mal Omi, job mal Omi, job mal Omi. Job mal Omi. Komm mal Omi. 100. Nice. Digga, also, hä? Wie können sie das holen? Du hast Siphon, du hast Siphon, glaube ich. Unter uns, unter uns, unter uns. Ah. Ich hab 37 Waffen. Ich mach nicht viel Spaß. Mach halt, was halt, macht gar nichts. Widerway. Seht uns auch heute schon eigentlich. Ich glaube, ich. Wir können so noch ein Hoch. Nee, komm, 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 komm. Ich kann halt, glaube ich. Wir können halt, wie guckt ihr, zwei, zwei, zwei Konzenten. Ja, die. Nice. Reduktion. Du communicating. Einen Anfall schon. Wir haben ein Hardmätsbruch. On me, on we're going. On we're going. On necks, komm. Oh my cost. Konzentration. 1 AP, Digga. Siebt zu weit noch mal. Komm, komm komm, komm, komm,嘛 ja. Scheiße. Komm, wir können unter mir we poner. Komm. Box hindert, Box dь Инwo, hindern. Ja, we Marchegiani ein logan, einfach. Immer noch da, war swast. Das war mir. Ja, deadappig, die necessbb. 9 geben wir fast nur. Ne, wir müssen fest oder? Ne. ist das brutal ich bin ich für selber ich will ich runter kommen das geht nicht 90 ich kann komplett durch bei mir das fein er bin aber da springe runter ich komme ich halte dich man braucht 220 punkte circa und man muss top 50 kommen und dann in der feine lobby die es auch heute gibt es pro sieg 500 euro ich habe links und dann rennen ach so aus medikett Naja, ist egal, ich mach so. Fiss mal auf, fiss mal auf, fiss mal auf und dropp dann live. Meinen fürs droppen? Jajaja, meiner ist leer. Drop. Ich hoppe. Müsst halt um links, um links, um links. Ich bin box, box. Nice, ich komm zu dir. Ja, ich komm hier und ich... Es ist schon wieder Deiche Fischi, im Solo. Ich bin schon lucky. Ein Champignon Burger ist es, Bro. Digga, Taichi ist echt schi krass. Und rein in die Sonne, ja. Unten lang, sehr gut. Und jetzt hier rechts. Schafft er nicht. FC Bayern, ole, 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 FC Bayern. Kaiser Franz. Digger, deren Choreo ist ja crazy. Warte mal, Dortmund wird morgen auch Choreo machen. Safe, oder? Glaubt ihr, Dortmund macht morgen Choreo-Chat? Oh, das wird geil. Das ist ein GG. Oh, nevermind. Was? Let me die, please. Digga, Vico. Top 5, Top 3. Die Top 50, meine lieben Freunde, kommen ins Finale. Und unsere Top 50 sehen aus wie folgt. Warte mal. Was ist denn das? Jeder Sieg 500 Euro. Andilex mit dabei. Chap ist auf der Nummer 3. Krass. Quisi und Thomas. Fredoxi. Hydro und Chap werden auf jeden Fall streamen. Narko wird streamen. Das sind 3. No way. No Rayleigh wurde 124 da. Keiner. Alle verkackt. Riesenvadial, Asa, alle verkackt. Older, Frey, Kato, alle verkackt. Noch ein Scringe, Digga. Was geht denn da ab?